En mangeant d'engrangement, das ist ... En mangeant ... Singen wir doch mal Tour d'Yon, das könnt ihr ja alle jetzt schauen. Wir singen ja mal Tour d'Yon. Tour d'Yon. I have to keep it fresh and alive. Die Maschine hat überhaupt kein Problem. Das kann ich nicht. Wie bitte? Ich hab's gelernt auch. Nee, das kann ich nicht. Ich hab's gelernt, das war die Hausaufgabe. Am Wochenende bringe ich Fleißbildchen weg. Schön. Au ja. Jetzt singen wir das andere. Tour d'Yon. Du hast ja nicht an deiner Sack. Wir haben ja vorhin gesagt, du musst verstehen, was du siehst. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt schon. Das hilft euch schon. Das hilft euch schon. In jedem Fall nur einen. Und er habe ich das Weile verloren. Manchmal kriegt man automatisch den Song in den Kopf. Du kannst sonst immer beobachten, was du willst. Mit Tastaszen. Mit Tastaszen. Mit Tastaszen. okay hast du das ding schon mal gesehen rüdiger oder gehört aber du kommst aus frankreich du warst so lange in frankreich und das mit der nase kriegst so perfekt ja das ist ja das wenigstens damit haben wir nicht so zu kämpfen genau das machen wir zusammen und dann kommt der tenor dazu und der alt und der wunderbaren so und dann sehen wir das ding einfach mal durch wo ist der tenor? also ja hollywood Dann machen wir das nochmal. Ich switche dann in den Tenor. Learning by doing. Immersion. Wir sind ein Immersionschor. Durch Dauer, Berieselung, kriecht die Musik langsam um uns hinein. Super! C'est super! So, ok. 1, 2, 3. Buvons bien, buvons, mes amis trinquent, buvons gaiement chantant. Buvons bien, buvons, mes amis trinquent, buvons gaiement chantant. Buvons bien, buvons, mes amis trinquent, buvons gaiement chantant. Buvons bien, buvons, mes amis trinquent, buvons gaiement chantant. Buvons gaiement chantant. Don't go du my dear, an me tourne, 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 ô C-ände son, mais je bois un jour un bois. Ok. Haha, schon wie sehr schön. Sehr schön, Birgi, sehr schön. Hast du ja schon Kinder? Ich finde mich großartig! Genau. Wir machen jetzt mal ein total geiles Experiment. Stellt euch alle mal auf. Ja, eben, Stellt euch auf. Aber, ok. Sing ich mir dann auch so etwas, was sind denn, denn wir sind einmal frei. Dann stellt euch mal alle auf den linken Fuß und tut so, als wärt ihr eine Artischocke. So, nochmal. Bass, Bass, Tenor, Bass, Tenor, Alt, Bass, Tenor, Alt, Sopran und weiter singen. Sonst habt ihr keine Couch. Wir singen schnell. Aber wir singen, wir singen noch weiter. Singen wir dann auch mal schon, wenn die dann trellern? Nein. Again and again and again. So wie wir das schon öfter in diesem Sound hängen. Zwei Ender. Genau. Damit man mal alle Stimmen so schön genießen kann. Wir machen es jetzt mal andersrum. Wir fangen mal den Sopran an. Gerechtigkeit muss sein. Vom Sopran runter. Sopran, Sopran, Alt, Sopran, Alt, Sopran, Alt, Sopran. Okay? Once, two, und. Das mag ich sehr gerne. Kriegt ihr das? Ihr seid schon très charmant, aber ein bisschen noch Französisch. Okay? One, two, three. Okay? Ohlalala. Ohlala. Jugendliche Musik. Uhlala! Amen. Amen. Ja, geht doch. Na ja, na ja. Nur ein halber. Also es ist gut für so einen langen Lied. Wie geht es euch so? Gut. Wunderbar. Ich brauche nichts zu trinken. Also es war Snickers, glaube ich, war nun der zweite Teil. Ja. Das ist klar. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal.